Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder der Jesse und ihr seht schon im Hintergrund, wir liefern mal ein Update zu Wulsen. Für alle die es noch nicht wissen, es wurde ja verschoben um zwei Wochen, also vom 30.01. auf den 13.02. Bedeutet also Mitte Februar ist jetzt der offizielle Release dieses Action Roleplay Games und das war jetzt aber noch nicht alles. Wir haben auch natürlich ein paar gute Nachrichten dabei, die möchten wir jetzt gerne mit euch teilen. Mal schauen, ob das funktioniert, zack, perfekt. Der Kodo, also Wulsen.de, der ja auch öfter mal im Stream vorbeischaut und gerne eure Fragen beantwortet, der hat es schon hier zusammengefasst. Und zwar geht es darum, es gibt die ersten Informationen zum Crafting System und auch, dass das Edelschein System angepasst wird. Bedeutet also nicht mehr so funktioniert, wie es in der Beta funktioniert hat. Also wir werden jetzt natürlich jede Menge Änderungen sehen, was das Ganze angeht. Wie war es in der Beta, weil die Beta Version hängt ja Monate zurück. Zu der Live-Version, also nicht nur, dass wir in der Beta nur Level 20 waren und in der Live-Version Level 90, sondern da ändert sich eben einiges. Das Ganze wird hier ein bisschen vereinfacht, auch mit den Stats in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Es gibt jetzt hier bei Offensiv, Defensiv und zu Bord immer 1 bis 3, wobei natürlich 3 die höchstwertige Stufe ist. Und das gleiche gilt auch für die Items. Also wenn ihr Items findet, auf denen Sockel sind, da steht dann auch eben 1 bis 3 und dann könnt ihr natürlich in 1er Sockel nur 1er Gems geben. Ist soweit klar. Das Crafting, das sieht dann ein bisschen anders aus, als wir es vielleicht von anderen Spielen so gewohnt sind, mit diesen sogenannten ätherischen Reagenzien. Also in Kurzform gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten, wenn wir was ändern möchten auf unseren Steinen, beziehungsweise nicht auf den Steinen, sondern auf den Items. Dann nutzen wir eben eine dieser Tränen oder Orbs und es werden alle Steine, alle legendären Edelsteine, welche wir gesockelt haben, werden anschließend verbraucht und es entsteht ein neuer Wert. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt hier die Hose hernehmen, hier hätten wir Gesundheitsedelsteine drin, wir würden jetzt diesen Orb oder diese Träne anwenden. Dann würde sich unten etwas ändern, es würde einer dieser magischen Werte ausgetauscht werden. Also das bedeutet, man kann dann basierend auf den Edelsteinen und den Qualität der Edelsteine, also wenn ihr jetzt alles T3 Edelsteine drin habt, mächtige Werte hinzufügen, beziehungsweise abändern. Das heißt, ihr könnt euer Gear gezielter dorthin craften, damit es eurer Spielskillung besser anpasst, damit sich das Ganze besser funktioniert. Das klingt schon mal ganz interessant, muss ich sagen, also es ist nicht jetzt hier komplett zufällig, sondern man hat da ein bisschen den Einfluss und kann sich dementsprechend was überlegen. Funktioniert nur bei eben gesockelten Sachen, legendären Sachen, funktioniert nicht auf diesen sogenannten einzigartigen Gegenständen, Unikes. Also diese ganzen lila Geschichten, da funktioniert es nicht. Das muss eben jetzt hier ein blaues, ein gelbes oder eben hier so ein rotes Item sein, denn das kann geändert werden. Die Unikes selbst können eben nicht geändert und nicht angepasst werden und deswegen ist das hier soweit eine wichtige Sache. So, was man jetzt natürlich noch dazu sagen muss, jetzt haben wir es hier mal rausgeschnitten, was noch ganz gut ist. Es gibt schon die ersten Charakter-Previews, wie das Ganze dann final aussehen wird. Bedeutet das, ihr könnt ja euch entscheiden, möchte ich einen männlichen oder einen weiblichen Jar und dann habt ihr wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, das Ganze anzupassen und zu modifizieren. Also wie soll das Ganze aussehen, von den Haaren über Augen über was weiß ich alles. Also da könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen, weil ihr wisst ja, Wulsen ist kein klassenspezifisches System. Also wir entscheiden uns zwar hier noch für einen Waffentypen, aber sobald wir eine andere Waffe anlegen, hat sich die Sache erledigt. Dann spielen wir hier eine komplett andere Skillung. Und deswegen solltet ihr euch besonders am Anfang schon mal überlegen, okay, was möchte ich denn für einen Jar spielen, weil den werdet ihr nämlich sehr, sehr lange haben. Denn nochmal was Neues nachzuleveln, das ist eher etwas unwahrscheinlich, außer ihr wollt natürlich zwei unterschiedliche Jars haben. Dann sieht die Sache anders aus. Aber das Ganze nur mal als Info, damit ihr hier mehr oder weniger Bescheid wisst. Okay Freunde, Update ist raus. Wenn es Fragen gibt, ab damit in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.